Spanien gewinnt gegen England. Mein Name ist JSX, All in the Mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin ein Kudamm. Meine Frage ist, wer oder wo sind denn hier die Spanier? Liebe Grüße aus Berlin, Hofrüstendamm. Schaut euch das an. Heute kommen einige Videos. Schaut euch das an. Die Polizei ist natürlich auch schon positioniert. Und hier haben wir hupende Gewinner. Folgt mir auf diese Reise, meine lieben Freunde, hier in Berlin. Am Kudamm. Wo sind die Spanier? Das sind wahrscheinlich alles Türken und Araber vom Style her. Guck mal hier, Pikachu fährt auch vorbei. Pikachu! Pikachu! Geiler Typ, Mann. Sehr, sehr geil. Start. Polizei überall, an den Seiten, meine lieben Freunde. Alles Gewinner hier. Spanien ist Europameister. Aber wer hupt denn hier in den Autos? Nicht, dass es hier noch Stress geben wird. Polizei überall. Polizei da hinten, schau mal bitte. Was ist da los? Autos werden angehalten. Streamer hier vor mir. Der Fuhrt. War klar, dass die natürlich Autos anhalten. Ausnahmezustand schon wieder. Die 100 schafft es hier. Schaut mal da, da kommen nur mehr Polizisten. Was auch immer hier abgeht. Spanien wurde Europameister, meine lieben Freunde. Schaut mal, was ist hier los? So ist das, guck mal. Viel zu viel. Mehr Polizei kommt dazu. Was ist da los? Oh, 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 oh. Ach, Polizei macht eine Formation. Was geht, Jungs? Alles okay? Alle für Spanien. Schauen wir mal, was die Polizei da macht. Ausnahmezustand in Berlin. Gehen wir mal kurz rüber. Also nicht, dass noch wütende Engländer kommen. Und hier Radau machen. Da sind zwei Engländer. Ausnahmezustand, Freunde. Was geht hier ab? Oh, 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 England hat verloren. Der Mann ist sauer. England hat verloren. Wir gehen am besten von der Fahrbahn runter. Polizei hier an den Seiten. Ja, war jetzt nichts Besonderes. Da gab es erst ein bisschen Stress. Mit der Polizei und zwei englischen Fans. War jetzt nichts Besonderes. Aber gehen wir mal weiter. Was geht, Jungs? Ey, Jungs. Meint ihr, die Engländer kommen doch und machen Radau hier am Kurat? Ja, nein. Wir kommen alle vom Olympiastadion. Ja, ja, ja. Ich glaube, die werden noch kommen, die Engländer. Ja, das wird vielleicht noch mehr abgehen. 100 Prozent. Berlin ist gefährlich. Berlin ist gefährlich, ja. Das ist die Bordwahl. Das ist das Stichwort für heute. Da hinten war schon was. Habt ihr gesehen? Ja, ja. Was genau, Jungs und Mädels? Und die Zeit ist auf jeden Fall schon bereit hier, wie ihr seht. Ich glaube schon, dass die Engländer noch kommen werden später. Aus Olympiastadion. Ja, ja. Die werden noch Radau machen. Ja. Oh, wir werden jetzt hier verdeckt. Wir bringen diejenigen noch weg. Die positionieren sich jetzt direkt an der Seite. Hundertschaft hier. Aus dem Nix. Und wir waren noch nicht mal den ganzen Kuhlamm abgerannt. Wir müssen gleich mal gucken, was drumherum noch so passiert. Guck mal, die hauen wieder ab. Was ist da eigentlich schon wieder los? Gehen wir mal in die Richtung. Wie ihr seht, Ausnahmezustand in Berlin. Was geht, Bro? Was geht, was geht? Auf der Straße ist Radau. Also ich weiß nicht, was heute abgeht, aber ich denke, die Engländer werden kommen. Ich glaube, wir haben keine Spanier in Berlin. Ich glaube, wir haben keine Spanier in Berlin. Bei einer es wird nicht mehr im Stichwort. Bei einem Nachmittag ist es ein bisschen in Berlin. Die Englische Minhanz war sauer. Ja, das war ein bisschen langsamer. Die Englische Fans waren sauer. Wenn wir einen schönen Abend haben. Jungs, heute Abend, ja? Aber ich darf nicht mehr essen. Ich darf schon wieder so Hunger, Alter. Also ich sehe keinen einzigen Spanier. Überall Polizei. Was ist hier los? Polizei jetzt auch hier an den Seiten. Eigentlich an jeder Ecke. Schlagstecker und Spray. Pfefferspray. Auch hier an der Seite. Wir gehen auf die andere Seite oder direkt zum Zoo. Immerhin wird gehupt. Aber wie gesagt alles keine Spanier. Es wird wahrscheinlich noch. Jawohl. Da gibt es ordentlich Gas hier. Schauen wir gleich. Berlin City. Wie immer. Polizei in den Ecken. Keine Ecke wird ausgelassen. Hier auf. Alle huppen mir zu. Wollen Hallo sagen. Meine Frage ist. Warum habe ich die meisten meiner Zuschauer. Warum sind die meisten meiner Zuschauer. Sind nur Chaoten. Warum ist das so? Macht Spaß. Satire. Englische Fans. Die abkotzen. Hier sind englische Fans. Sie sind traurig. Die englischen Fans sind natürlich set. Sie sind traurig. Sie sind traurig. Kuram. 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 Kuram ist voll. Jawohl. Die Spanier. Are you Spain? Aus Spanien? Ah ja. Okay. Die Spanier feiern mit Macarena, Bruder. Stark. So läuft das hier. Ich würde sagen, das erste Video ist erstmal durch. Wir sehen uns im nächsten Video. Meine lieben Freunde. Ich muss heute noch drei bringen. Ich hatte heute keine Zeit. Aber ich wusste, egal wer gewinnt, der Kuram wird wieder blühen. Glühen und blühen. Hier nochmal zwei Fans. Engländer haben absolut schlechte Laune gerade. Vereinzelten wird es wahrscheinlich auch Stress geben an den Seiten. Wissen wir nicht. Schauen wir mal. Aber bis jetzt ist alles friedlich mit englischen Fans. Nur an der Ecke vorhin da ein bisschen was. Englische Fans sind genug hier aber. Das war es meinerseits erstmal für dieses Video. Schaltet um zum nächsten Video. Mein Name ist J6. All in the mix. Wir warten bis jetzt etwas voller wird. Bis jetzt etwas voller wird. Bis jetzt etwas voller wird. Dann zeige ich euch mehr. Spanier. Es waren alle Spanier geworden. Alle Türken. Bis zum nächsten Video, Freunde. Chaos in Berlin. Peace out. Schaltet um zum nächsten Video.